Sonst sehe ich auch tatsächlich nichts. Ja, aber ganz ehrlich, die meisten Entwickler machen das so, wenn ein Spiel an einem Tag da ist, ist es ab 0 Uhr verfügbar. Also theoretisch ab. Heute Morgen um 0 Uhr hätte man es eigentlich spielen müssen dann. Komisch, dass es jetzt noch nicht direkt da ist. Find ich jetzt nicht so gut. Ich glaube, ich erschieße die einfach. Oh, fuck. So, ich mach dir jetzt einen Close Combat einfach weg. Sollte machbar sein. Mit der Waffe. Sehr geil. Da ist die nächste weg. Da ist der nächste so gut wie weg. Alter, die Waffe ist super. Super. Oh, das war aber knapp, ne? Ich kann die nicht reparieren. Doch, kann sie fast reparieren, ne? Oh, ich wollte schon sagen, es ist rot, es geht gar nicht. So, warte mal. Wo war denn die scheiß Höhle? Wir sind doch dran vorbeigefahren. Sind wir nicht hier lang gefahren? Oh, hier ist ein Grab. Guck mal. Sind wir nicht hier lang gefahren? Alles klärchen, Angie. Dann, äh, ruhe dich mal ein bisschen aus. Mach es gut. Bis später oder so, ne? Ja, und das kommt auch noch dazu, Wolfi, ne? Bei den meisten Spielen kannst du dir das sogar schon einen Tag vorher runterladen. Obwohl das erst dann 0 Uhr freigeschaltet wird. Das ist aber echt seltsam. Ging es da oben lang? Wo war denn die blöde Höhle? Die war doch direkt hier um die Ecke. Na, bei denen alles komisch. Dafür ist das Spiel dann umso geiler. Ja, ich würde es ja auch gerne spielen, aber, äh, die ist im Monat einfach zu teuer. Deswegen hatte ich halt auch einen Key angefragt. Aber ich bin komplett pleite. Ich habe mir diesen Monat so viele Spiele gegönnt. Teilweise auch doppelt für Kali noch zusammen, weißt du? Alles doppelt dreifach in die Wohnung. Wieder 800 Euro für, ähm, für, 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 was habe ich denn 800 Euro ausgegeben? Für die Trockenbauwende war es, ne? Ja, die haben wir diesen Monat geholt. 800 Euro für die Trockenbauwende. Wahnsinn. Ich war hier. Guck mal, wir sind hier oben lang, ne? Irgendwo... Ich bin jetzt wieder hier. Ich verstehe es gerade nicht. Ich fahre jetzt hier nochmal mit dem Tuf-Tuf lang. Irgendwo war die Scheißhöhle. Aber die sind ja eigentlich nachts über unterwegs. Kann ja gar nicht sein, dass die... Entspann dich, kleiner, entspann dich. Ja, das ist doch keine Horde, oder? Was sind das? 20? 20 Stück oder so? Ist doch lächerlich. Ja, die hat überlebt. Das ist doch keine Horde. Ja, irgendwie sowas muss es ja sein. Oh, fuck. Gar nicht nachgeladen. Oh, diese Ninjas. Jeder kennt die Ninja Turtles. Superstarke Ninja Turtles. Immer auf der Lauer. Und immer etwas Zombie. Ab mit seinem Kopf. Sehr gut. So, ich gehe jetzt reingucken, ne? Wie viele Horten hast du schon erledigt? Eine. Eine leider. Wir haben schon gegen drei verschiedene gekämpft. Sogar gegen eine 200er. Die haben wir so gut wie weg gehabt. Bis wir uns die letzten 10 getötet haben. Ja, hier ist halt echt gar nichts, ne? Wie kann das denn sein? Hier haust du auf jeden Fall eine Horde. But where is this Horde, my friend? Where, my friend? Hey, ich hätte schwören können, hier ist sie, weißt du? Es waren so viele Voices auf einem Haufen. Aber dann waren es bloß so 10 Heinis, die hier rumgurken. Chandraü. Also ich weiß auf jeden Fall wo sich zwei Horden befinden. Wir haben beide Horden übrigens fast weg gehabt. Nur das Spiel hat es immer so gedreht, dass wir sie nie geschafft haben. Ja. Anscheinend gibt es hier keine. So was müssen wir machen. Hier ist noch ein Neuro Point. Den würde ich mir gerne snacken. Da ist ein Neuro Point zum snacken. Wir tanken jetzt mal unser Motorrad auf. Dann holen wir uns den Neuro Point. Dann machen wir mal die Missi hier weiter, ne? Weil ich finde mir beim Auftanken die Horde noch, weißt du? Wir machen jetzt ja. Oh ja, ja 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 ja. Oh ja 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 ja. Wir haben sie gefunden! Wir haben sie gefunden! Ich würde die gerne... Oh scheiße! Ich würde die eigentlich gerne überraschen. Ich würde die schon gerne mit einem Attractor überraschen, die Horde. Ich glaube sie ist weg, ne? Komm wir probieren jetzt! Schnell speichern! Munitionstechnisch haben wir noch ein bisschen... Schwierig! Rohrbomben haben wir glaube ich auch noch eine. Let's go! Wir machen eine weitere Rohre weg! Hoffentlich! Ja geil man! Oh! Oh! Oh fuck man! Ich schaff noch nicht mal zwei Zombies! Wie soll ich denn Rohre weg machen, Digga? Den wollte ich eigentlich erschießen! Oh! Wow! Kommt da noch einer! Ich komm gar nicht zur Horde, Leute! Ich schaff's nicht bis zur Horde! Ich schaff's gar nicht bis zur Horde! Amazing! Amazing! Ich verreck hier an drei Zombies! Ja! Das... So sieht's aus! So sieht's aus! Ich weiß nicht wo ich hinschießen soll, ne? Ich verballe meine ganze Munde! So jetzt haben wir noch drei Schuss für die Horde! Let's go! Tja! Da ist halt der Nächste, ne? Nein! Meine Waffe ist kaputt! Das kann nicht sein! Meine Waffe ist kaputt! Oh, die war so gut! Geil, Alter! Das Spiel hasst mich einfach! Das Spiel hasst mich wie die Pest, Leute! Ich kann die Horde nicht machen! Ah, ja, ist klar! Alter, was?! Ist euch schon mal aufgefallen, dass ich keinen Bock auf euch hab?! Das ist ein richtig ehrenloser Dude hier! Ach, du Scheiße! Ach, du Scheiße! ne? Ja, am geilsten wär's eigentlich tagsüber! Glaub ich! Ich höre sie! Ja, denn, äh, da würde ich mal sagen, Attractor! Rohrbombe! Nein, Rohrbombe! Ach, Mann! Mach doch! Der nimmt halt... Der nimmt halt nie das, was er nehmen soll! Das Spiel packt mich so ab! Ey, das nervt mich echt! Ich wähle die Rohrbombe aus und er wirft den Molly zweimal! Das stört mich richtig an dem Spiel! Okay, gut! Dann, äh, nochmal! Vor allem über mir kein einziger Zombie! Kein einziger Zombie! Ich werfe den Attractor zwei Zombies! Okay, nächster Versuch! Das Schlimme ist, wenn das hier heute jetzt nicht mehr hier ist! Ist nicht mehr hier! Jetzt ist sie woanders, Mann! Schwierig! Warte mal! Spielladen! 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 51,56! 51,56! Wie spät haben wir es? 46! Dann ist es ja der! Ich lad mal den Stand! Moinsin, King of the Toastbrood! Ich lad mal eben den Stand hier! Jetzt müsste die Horde doch eigentlich wieder da sein, oder? Verstehe ich nicht, dass es da so unterschiedlich ist! Unterschiedlich ist! Die sind halt nicht mehr da! Nee! Weg! Krass! Oh ja! Cool! Dann äh! Ja! Schade! 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 Das ist ja ein Zombie an meinem Motorrad, ne? Komm, kleiner Außenscheißer! Du drehst dich doch sowieso im letzten Moment um! Ja! Habt ihr es auf der anderen Seite rausgucken sehen? Ich ja! Cool! Krass! Jetzt musste ich auf den Weg, um die Horde zu finden! Da ist der Nächste! So viel verballern! Jetzt ist die Horde einfach weg! Jetzt ist sie da! Sagen wir mal, habe ich einen Shally? Ich habe auch keinen Shally aktuell dabei, ne? Jetzt kommen alle! Gute Nacht! Sooo! Kommen her! Du auch noch! Und sie kommen halt schon. Ich finde es schwierig. Ich finde es einfach schwierig. Kannste nichts machen. Hat zum Glück keinen getroffen. Sehr schön. Er wählt die Rohrbombe nicht aus. Er wählt sie nicht aus. Ich kann machen, was ich will. Er wählt sie nicht aus. Ich verstehe dieses Spielprinzip. Er wählt sie nicht aus. Schwer 2. Das Problem an der... Das ist ja noch nicht mal das Problem. Das Problem ist, dass das Spiel nicht das macht, was ich ihm sage. Wenn ich hier drauf gehe. Jetzt hat er die Rohrbombe. Das macht er im Kampf nicht. Oder macht er ja random. Oder ich kann es dir nicht sagen. Das ist komplett random, dass der mal das Richtige auswählt. Das stört mich am meisten. Das ist so easy. Einfach hinlaufen. Attractor hinschmeißen. Rohrbombe drauf. Fertig. Nein, er... Ich will die Rohrbombe auf. Er hat einen Molli in der Hand. Schmeiß den Molli. Ne, aber die Zuschauer wollten unbedingt, dass ich schwer zwei spiele. Ich spiele eigentlich immer ziemlich schwierig, die Spiele. Sind die jetzt da unten? Und halt diese Randomness, ne? Halt auch ziemlich schwierig. Das war... Das war die Horde gerade da... Ach da. LOL! Okay, gut. Oha, sie ploppt einfach komplett da auf. So, und Rohrbombe. Er hat die Rohrbombe in der Hand. Ja, die rennen halt nicht dahin, ne? Ach, die hat nicht da. So, ich safe. Oha, je-la! You? Oha, ich bin ja! Oha, ich bin ja! Oha! 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 Erfolgserlebnis! Geil! Muss ja auch mal zwischendurch sein. Monsensimpel. Schön, dass ihr übrigens da bist. So. Und für alle die, die an Subnautica interessiert sind, geht morgen weiter. Hortenkiller, fünf Prozent. Siehste, so kann man die Horten wegmachen. Bei mir ist immer alles gut. Natürlich sind wir. Alles, Bombe. Wir haben es geschafft. Aber es war auch eine kleine, ne? Das waren so 50 Zombies oder so. Viel war es definitiv nicht. So, die anderen Versuche schneide ich alle raus. Haben wir First Try gemacht. Wir können endlich Missy weitermachen. Schön! Wir haben nichts mehr, ne? Gar keine Materialien. Wir haben keine Nachkampfheit. Wir haben nichts mehr. Wir sind out of alles gerade. Wir sind so richtig out of alles. Wir haben nicht mal mehr Munition haben wir. Nein! Nein! Und, Sibyl, wann fängst du an zu streamen? Biss ja in letzter Zeit fast gar nicht mehr at home, wa? Ei, 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 ei. Ey, wo steht mein Motorrad? Sag mal, wo habe ich das denn geparkt? Wir haben nicht mehr viel Schuss, ne? Ich habe gar nichts mehr. Kann man nicht hier irgendwie sogar Munition aufs Fahrrad packen? Ne, ne? Das kommt wahrscheinlich erst noch mit der Zeit. Ah, ich bin aber richtig glücklich, dass wir das jetzt geschafft haben. Ich bin richtig glücklich. So, den Nero Point hätte ich jetzt gerne. Wir wollten eigentlich tanken, ne? Ich fahre jetzt tanken. So, nachdem wir getankt haben. So, nachdem wir getankt haben, mache ich eine Schnellreise. Immer mit der Ruhe, mein Kleiner. Immer mit der Ruhe. So, wer hat Bock? Und bitte nicht zu viele. Ich habe... Wir haben gestern einen Film geguckt, Army of the Dead oder so ähnlich, mit dem der bei Guardian of Galaxies diesen roten Muskel-Außerirdischen gespielt hat. War sehr, sehr cool. War echt sehr cool. Wobei, leider Gottes, ziemlich klischeehaft. Ziemlich klischeehaft das Ganze und das Ende war... Ja, das Ende war ein bisschen blöd. Das wird brennen. Oh. Hä? Was war das denn jetzt schon wieder? Dieses Spiel... Wow! Wo kommst du denn her, mein Freund? Ich habe... Ich habe nur 13 Schuss. Wann ist das Headset falsch rum auf? Ich gehe jetzt mal hier ans Taxi, ne? Ich würde gern... Ne, hä? Könnte ich hier nicht gerade noch was looten? Da am Auto kann ich was looten. Ich muss halt mal ein bisschen looten hier. Ich geh mal hier... Ich lebe hier. Ich innovativiere... ... Amen. 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 Amen.